Geht ein Mann zum Arzt und sagt, können Sie mich ganz schnell kastrieren? Der Arzt, guter Mann, haben Sie sich das auch ganz genau überlegt? Er, ja, ja, meine Freundin wartet unten, wir wollen noch ins Kino, machen Sie mal. Nun gut, der Eingriff wird durchgeführt, eine Stunde später geht der Mann aus der Klinik raus zu seiner Freundin. Sie, und, hast du dich impfen lassen? Er, impfen? Ich kam nicht auf das Wort. Er, impfen?